hallo freunde willkommen zu einem neuen special breaking news video und zwar zum ls 22 es ist soweit das zweite season 2 dlc ist heute angekündigt worden und zwar wirklich heute am 30 das video kommt auch noch heute ja high end fortune pack heißt es high forage pack ich keine ahnung ja in den warmen monaten blablabla stecken mit knies tief im heu passen zu heu saison wir sind jetzt in der heu saison kriegen wir neue maschinen gas in den virtuellen wiesenmähen wird es also höchste zeit passen zu den sonnigen jahreszeit in der das gras am grünsten ist erscheint in kürze das high end forage pack für farme 22 wann am 13 juni für pc und konsole haltet euch fest 13 der juni das heißt in die woche noch nächste woche noch und dann am dienstag also heute in zwei wochen kommt dieses dlc raus preis und alles auch schon da wir schauen uns aber erstmal die screenshots an wir haben hier einen neuen regi truck und ein neues knüssel mähwerk und ist so ein schöner hang mehr wir haben hier unter anderem die neuen pöttinger ladewägen zum beispiel haben wir hier oder hier wenn noch mal einen neuen hang mehr oder ein hang bulldog mit breitem radstand unten im krone schwader sehr sehr geil einen neuen band schwader haben wir hier noch zum beispiel von retter oder retter vielleicht retter ich weiß ich kenne die marge nicht genau hier ganz kurz noch mal hier kommt dieses pack neues berg oder alten pack sozusagen der zweite teil das alpinum dlc könnte man zum beispiel sagen ja high end forage pack heißt das ganze und wir haben insgesamt da oben stand 17 maschinen mit sieben marken davon sind drei neu im spiel da schauen wir uns jetzt auch gleich an und zwar gucken wir das dlc einmal hier an und zwar hier ihr könnt euch das jetzt für 899 vorbestellen oder ihr kauft euch das wenn es dann rausgekommen ist für 999 oder ihr holt euch den season pass und hat es dann kostenlos im season pass mit drin plus alle anderen dlcs die jetzt dann auch noch kommen genau das ganze erscheint am 13 juni und wir haben hier einige neue sachen so wie ich meine persönliche vermutung war ja damals als das season pass angekündigt worden ist und es hieß es geht wieder in die berge dass wir irgendwas in richtung steuer bekommen das ist tatsächlich leider nichts geworden aber wir haben jetzt hier zum beispiel den reform mit trag das ist auf jeden fall schon mal ein hang mehr so ähnlich wie der aebi ich weiß gar nicht ob wir den überhaupt noch im spiel haben aber jetzt haben wir auf jeden fall den hier dann haben wir hier auch den reform mountie und ihr mountie zum beispiel heißt er das ist ein bisschen größerer hang mehr bulldog der auch er wie ein bulldog aussieht und wir haben den reform multi der so ähnlich wie der lindner wieder lindner wie heißt der lindner traktor den wir ja auch im spiel haben ja dann haben wir natürlich auch ein regentrag sk 60 das ist ebenfalls ein hang mehr so wie der hier aber regentrag kennen wir ja schon hatten wir damals im alpin dlc oder beziehungsweise sind ja immer noch im spiel drin als mod und dann haben wir noch den brillen meyer balten mehr hier so ähnlich wie auch wieder aebi den wir schon haben nur ein bisschen größer glaube ich ist der ja bis vier meter sogar sehr sehr geil und dann haben wir hier natürlich einige geräte unter anderem haben wir von sepp knüssel den tornado 306 und den tonne an 306 plus was da die unterschiede sind weiß ich tatsächlich nicht drei meter drei meter der braucht doppelt so viel ps fast oder 10 ps mehr weiß ich tatsächlich nicht was jeder unterschied ist persönliche vermutung der hat so eine art schwarz zusammenführung der legt es breit ab und der hier schiebt es bisschen so spitz zusammen dass der bulldog nicht über die schwarz fährt dann haben wir das krone easy cut f320 highland das ist ein kronemähwerk ebenfalls für schräglagen und so weiter genauso auch der ventro 820 highland und der schwadroo s 350 highland das sind alles krone anbauer geräte extra für wieder namen schon sagt das hochland für gebirge und schräglagen und so weiter dann haben wir hier den reiter 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 heißen sind nicht retter reiter 0 respiro ok auf jeden fall so ein band schwader wahrscheinlich für vorne dran mit sieben metern oder für hinten dran hier haben wir noch mal ein reiter band schwader mit neun meter zwei neue band schwader am start auch ganz nice und pöttinger bringt auch paar sachen nämlich den top 14 03 c schwader mit 14 meter der ist nicht ganz so groß also der class schwader den wir haben der ist 15 meter das ist nicht der größte schwader am spiel und für den performance truck haben wir hier noch zwei mulden nämlich einmal ein ladewagen und einmal einen kippermulde wie gesagt eigentlich genauso wie der lindner nur dass der lindner noch ein güllefass und missstreuer dabei hat und wir haben noch den pöttinger jumbo 8.450 db ladewagen auch schöner solider vor allem schöner ladewagen muss ich sagen das sind die neuen pöttinger ja freue mich drauf 13 juni wenn es rauskommt kurz danach kommt dann auch wieder die vorstellung auf youtube ich freue mich video kommt jetzt auch heute direkt deswegen würde ich noch einen schönen dach und um 16.15 kommt er dann heute italien wenn das videos vorher schafft und ansonsten bis dahin peace out